Jetzt, wo ich Blut geleckt habe, will ich natürlich mehr. So, und wir haben uns ja jetzt gerade die Tabelle angeguckt, also es ist noch alles drin. So, und deswegen müssen wir uns jetzt anstrengen, wir müssen uns so anstrengen, wir müssen uns den Allerwertesten aufreißen, bis zum Es geht nicht mehr. So, bis gleich. So, bis zum Es geht nicht mehr. Okay, so, der erste Bulli direkt wieder verloren und das letzte Spiel gegen Frankfurt habe ich 1-0 verloren. Ach, schon eine Strafe, huch! Jeff Omer und schon wieder ein Bulli verloren. So, mal gucken, ob ich den Elan, den ich beim Straubing-Spiel hatte, mit hier reinnehmen kann. Mal gucken! Machen wir's mal hoffen! Huch, Scheimkleister! Oh, Mann! Ah! Ah! So, Holland, lauf! So! McDonalds! Ah! Schade! Performance right there, keep that in mind as we move along. A lot of Goalies don't see this much action in an entire game. So! Jawoll! Schön! Der brauchte den ja den nur noch reintragen. Das war ein sehr guter Goal. Und er hat nur erwähnt, dass die Spielbetreiber erlaubt sind, zu schießen. Connor James! Ich glaube, das war kein schlechter Fehler. Äh... Ihr wisst, was ich meine. Also, keine schlechte Entscheidung, den zu holen. Huch! So, jetzt muss ich irgendwie versuchen, diese 1-0-Führung irgendwie über die Zeit zu bringen. Oder versuchen, noch mehr Tore zu schießen. Ah! Mist! Na, wenigstens kassiere ich nicht mehr so viele 5-Minuten-Strafen. Das ist ja gut. Ach, cool. Und wir winnen. Wir sind ein vieles zu Hause. Wir machen uns in der Höhe. Wir machen uns 3-2-3-4-8-7-7-8-1-1. Das war richtig. Na, nicht auf... Wir machen uns... Traverse McDonald Na ja, gut Mal gucken, wann ich die Spiele alle hochladen kann Weil mein Speicherplatz auf Festplatte C sagt wieder Nein, Danke Ich mecker jetzt mal Ah Nein Das war knapp Von den Chancen her würde es schon 3-0 stehen So Nein, 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 nein Boah, das Der war eigentlich schon auf der Lini, der Puck Ach, Kacke Puh Das Spiel ist munter Verspricht auf mehr Ähm, ja So Ach, schade Ah, schade Piep Piep Hm, irgendwie gefällt mir das Team seit den letzten zwei Spielen besser Man Naja, egal 1-0 im Tag im ersten Drittel Schön Damit kann man arbeiten Das war echt genial Er ist Latte 24-0 im Tag Es geht auf den Wohnz zurück Und dann kommt James Und Braucht ihn eigentlich nur noch einen letzten Einen Schuss haben die abgegeben Aber auch nicht schlecht So, rauf geht's ins 2 für 3 Ja Keine Minuten gespielt Und es steht 2-0 Geil Super Und Murphys Gesetz hat wieder zugeschlagen Schade So, ab zu Kreuzer So Ach schade Alter Schwede ist das Spiel munter Geil Warum kann ich jedes Spiel so laufen Wenn ich euch jetzt sage, das ist alles geplant Würdet ihr mir das sowieso nicht glauben Brenn Scheiße Scheiße Ah ja, egal 2 mal zu 0 zu spielen wäre wohl zu viel verlangt Schade 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 Es wäre fast das 3-1 gewesen Ich habe keine Lust schon wieder 2-1 zu spielen Aber ich sehe gerade erst mal das zweite Drittel Ach wohin Mann, 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 Mann Obel, du machst es wieder zu spannend Ja Uuuuuhh Sooo, Reimer Jace Nolan 3-0 Geil Es geht doch Und die Strafe entfällt Super Goal! Goal, Chris Herrington! Das war nicht so gedacht. Oh oh. Ahhhh. Sada Sada Sada. So Basani. Collins. Oh. Hohe, da war knapp. Drei Einsen am zweiten Drittel. Geil. Schön, 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 schön. So, auf geht's. Ins letzte Drittel. Boah, wenn das so weiter geht, dann mach ich noch meine ganze Festplatte voll. Okay. Ah, schade stand einer im Weg. Oh. 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 Na. So, noch eine Viertelstunde ungefähr. Der, äh, den Druck aufrechterhalten. Also, äh, normal im Leben eine Viertelstunde. Hier sind es ungefähr sieben, Alter. Siebeneinhalb Minuten. So, Reimer. Aua. Huch. Huch. Ich hab die gar nicht gesehen. Und jetzt, wenn sie in. Huch. Huch. Ja. 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 Und jetzt. Und jetzt. Das ist gut. Ja. Ja. Und jetzt. Ja. Aaaaaaahhhhhh Scheinkleist Herrlich, herrlich, herrlich So, Bulli-Tor Oh Hat ja fast geklappt So, ich hab keine Anspielmöglichkeiten Geh weg da Aaaaaaah Oh oh, nein, 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 nein Schön aber, super Aaaaaaah Aaaaaaah Klar, da gibt er mir nur einen mit, ne Oh Oh Ne, 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 ne Du trittst nicht Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Na, super Ich komm hier nicht mehr raus Alter Schwede, die haben da komplett zugemacht Aaaaaah Mcdonald's effort in the faceoff Wow, what a job he has done That's one of the reasons thereof Offensive zone project will free that puck up It's Wahreys right there, all the way up to the point To McDonald's To a pope Mackie! Mackie! Mal es! Jawoll! Dann noch ein MT-Net-Goal geschossen. Greg McDonnell! 4-1 gewonnen! Geil! Schön! Murphy ist gesetzt! Jawoll! Ach guck mal, die haben nur 10 Schüsse abgegeben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das doch. So, das nächste Spiel ist gegen Krefeld. Äh! So, Statistiken-Tabelle. Ingolstadt immer noch Erster. Oh, die haben nur noch 5 Punkte Vorsprung. Und ich bin nicht mehr Vorletzter! Geil! Augsburg ist jetzt Vorletzter. Ich bin jetzt 13. Hey! Und hab noch 6 Punkte Rückstand. Vom achten. Schön. Freue ich mich. So, und mit diesem schönen Ergebnis, wo wir jetzt 2 Mal gewonnen haben. Schön. Wende ich jetzt die Aufnahme und sage, habt noch einen schönen Abend. Und, äh, was ihr auch immer macht, macht es. Also, bis dann. Tschüss!